moin moin wie geht's wie steht's ja mir geht's ganz gut und dir ricardo wie geht's ganz gut wenig wenig zeit aber sonst alles okay er kommt jetzt als nächstes welcher boss direkt das mal heilung auswählen oh mein gott das tut schon ein bisschen weh ja kann ich klagen auch wenn ich sehr viel zeitstress auf arbeit zu tun ja kenne ich hier auf arbeit zu tun kenne ich ich schaffe es auch noch am wochenende wirklich zu stream sonst habe ich auch gar keine zeit mehr so leider leider kann ja eigentlich so schnell sich bewegen kurz groß schwert okay ein hit brauche er noch zwei ich bin einfach krass